Der Linux-Kernel ist der Basisbaustein eines jeden Linux-Betriebssystems. Diesen kann man hier unter kernel.org ganz einfach herunterladen und auf seinem System eben kompilieren und für sich oder andere zur Verfügung stellen. Und wenn man sich das Ganze hier so anschaut, denkt man, es gibt ja schon eine ganze Menge. Aber im Prinzip gibt es halt diverse LTS-Kerne, also Long-Term-Support-Kerne und meistens dann einfach einen aktuellen stabilen Kernel, was jetzt in dem Falle der hier ist. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Kerne, wenn wir da nämlich mal schauen. Mit dem Betriebssystem, welches wir uns heute anschauen, gibt es unzählige Kerne, die man installieren kann. Diese kann man aber nicht nur auf dieses Betriebssystem hier installieren, sondern im Prinzip eigentlich auf jedes Betriebssystem. Aber CachyOS hat schon alleine hier um die 8, 9 oder 10 eigene Kerne kompiliert mit verschiedenen Einstellungen, die das System noch performanter, noch schneller und noch sicherer machen. Und was das Betriebssystem CachyOS sonst noch so zu bieten hat, das erfährst du in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Guten Nachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute installieren wir wieder eine Arch-Distribution, diesmal unter dem Namen CachyOS. Und CachyOS kommt aus Deutschland. Der Entwickler ist dieser nette Herr hier, PTR-Lead. So heißt er, das ist sein GitHub-Account und der hat durchaus schon eine ganze Menge hier in der Pipeline, wie man so schön sagt. Unter anderem arbeitet er aktiv an dem Linux-CachyOS-Kernel, denn CachyOS kommt mit einem eigenen Kernel. Er selber arbeitet auch an dem Linux-Kakule-Kernel. Das ist auch so ein High-Performance-Kernel, der zum Beispiel auch bei Caroda Linux eingesetzt wird für Gaming. So sieht denn der nette Herr aus. Peter Jung heißt er. Und das ist dann hier CachyOS. Und dann wollen wir mal schauen, was man so mit CachyOS so alles bekommt. So kommt, ist also ein Arch-Linux mit einem eigenen Kernel namens Linux-CachyOS, welcher schwer optimiert wurde mittels des Bohr-Sketchlers. So, das Ganze kommt mit diversen Desktop-Umgebungen. Einmal die üblichen verdächtigen KDE-Plasma, GNOME und XFCE. Dazu kommt noch i3 und BSPWM als Tiling-Window-Manager. LX-Cute gibt es noch als Desktop-Umgebung und Openbox und Wayfire und Cutfish. Diese kann man dann bei der Installation auswählen. Ich weiß noch nicht, was ich nehmen werde. Werde ich dann wahrscheinlich live entscheiden. installiert werden kann, entsprechend über den Calamares-Installer, diese grafische Oberfläche. Aber man kann das Ganze auch im Terminal installieren. Und Cachy kommt auch mit einem eigenen Browser. Den gucken wir uns auch noch an. Jetzt wollen wir uns aber hier nicht länger auf der Webseite aufhalten. Mehr gibt es hier sowieso nicht zu sehen. Sondern wir wollen uns die ISO laden. So, you can install any edition. Also es spielt jetzt keine Rolle, was ich jetzt hier runterlade. Ich kann nachher sowieso nochmal mich anders entscheiden, was ich installieren möchte. Es gibt also Gnome. Hier sehen wir quasi schon mal so ein bisschen. Das Gnome hat so ein bisschen was von Ubuntu mit der Leiste an der Seite. XFCE ist am minimalistischsten mit, so wie es aussieht. Das sind jetzt quasi die drei. Da KDE-Plasma oben ist, werde ich jetzt einfach KDE-Plasma nehmen und gehe aber auf Sourceforge. Werde hier mal NetCologne auswählen, weil das bei mir hier wirklich rucki-zucki funktioniert. So, das sind knapp zweieinhalb Gigabyte. So, das dauert nur ein paar Sekunden bei mir hier zum Runterladen, da ich eine ziemlich schnelle Internetleitung habe. und dann werden wir schon mal den Stick öffnen. Und zwar habe ich hier meinen Evento-Stick und da kommt das Ganze jetzt hier drauf. So, hier haben wir CacheOS und dann wird das jetzt hier einfach rüberkopiert. Und wenn das Rüberkopieren soweit fertig ist, dann gehe ich hier einfach auf Auswerfen. Also ich ziehe den Stick nicht einfach so raus, sondern ich werfe den aus, weil der Schreibvorgang braucht dann noch eine ganze Weile. Und dann sehen wir uns gleich auf meinem Laborrechner. So, dann sind wir jetzt hier im Auswahlmenü auf dem Rechner, auf dem HP-Rechner. Das ist das Auswahlmenü für die Installation oder Bootquellen sozusagen. Und ich wähle hier den Sandisk Cruiser aus. Das ist mein Stick. Und da ist ja Ventoy drauf. Und hier finden wir dann CacheOS, HDE. Und da laden wir jetzt mal rein. Und so sieht das Grub-Boot-Menü aus, der Grub-Boot-Loader von CacheOS. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gestaltet, muss man sagen. So, einmal, also hier kann man dann auch auswählen, ob man mit Nvidia-Treiber laden möchte oder eben ohne. Und bei Legacy-Hardware dann einfach, falls man wirklich einen sehr alten Rechner hat, kann man das Ganze dann auch hier rüber laden. Aber ich nehme das ganz normale CacheOS. So, jetzt ist die Live-Umgebung gestartet. Und ja, der Hintergrund, das Hintergrundbild erinnert doch an das klassische KDE-Plasma. Sieht ganz normal aus wie das klassische KDE-Plasma-Hintergrundbild. Was ich sehr schön finde, ist der Dark-Modus. Das ist also alles sehr schön dunkel gehalten. Das ist auch immer dann sehr gut für die Augen. Und ja, hier sehen wir dann auch schon eine Leiste. Hier sind dann ein paar Schnellzugriffe zentriert, ähnlich wie bei Windows 11. Und hier können wir schon mal die Sprache auswählen. Das machen wir mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, ist trotzdem alles noch auf Englisch. Wer weiß, wann das startet. So, was haben wir hier? Welcome to CacheOS. Eine Dokumentation. Achso, und in der Mitte haben wir hier den Installer. So, Calamares, Install-Typ, Offline oder Online. Wenn ich also Offline mache, wird quasi der Inhalt der ISO, also der Inhalt der CD, auf den Rechner kopiert. Das ist, wenn ich halt keinen Internetzugriff habe. Und bei Online holt er sich die aktuellsten Pakete direkt aus den offiziellen Repos. Und das werde ich auch nehmen. So, jetzt kann ich mir noch den Bootloader auswählen. Dann möchte ich den Grub-Bootloader haben. Okay, das ist ein bisschen anders, weil hier der Installations-Logging-Bildschirm im Hintergrund, mitläuft. Das ist sehr seltsam, aber okay. Auch so sieht der Calamares-Installer ein bisschen anders aus, wie ich ihn sonst gewohnt bin. So, jetzt sind scheinbar auch alle Module hier geladen, so wie es aussieht. Normal ist es so, dass dieses Menü hier unten eigentlich links von oben nach unten verläuft und nicht unten von links nach rechts. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber okay. Das nehmen wir mal so an. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal weitermachen. Auf Deutsch. Deutsch ist schon eingestellt. Berlin ist in Ordnung. Die Tastatur, auch die gefällt mir so. Und jetzt muss ich noch die richtige Festplatte auswählen. Und da nehme ich die Veno Scorb. Die ist 256, sind es ja original, 256 Gigabyte Festplatte. Diese wähle ich hier in meinem Fall aus. Und da befindet sich jetzt ein Betriebssystem drauf. Und zwar das Vanilla OS von letzter Woche. Das Video dazu findest du hier oben. Und ich kann jetzt im Prinzip das Betriebssystem parallel dazu erstellen, installieren oder einfach die ganze Festplatte löschen. Und das löschen werde ich mal durchführen. Und das löschen werde ich mal durchführen. Hier wird mir jetzt XFS angeboten. Das will ich nicht. Ich nehme ButterFS. Das ist in Ordnung so. Und ein Swap-Pile wird mir hier auch gar nicht angeboten, so wie es aussieht. Oder eine Swap-Partition. Das ist auch mittlerweile gar nicht mehr notwendig. So, dann machen wir mal weiter. So, dann kommen wir nun zu den Desktops. Und da gibt es eine ganze Reihe. Ich kann das Ganze zum Beispiel ohne Desktop installieren. Also als reine Konsolen-Anbetriebssystem. So, dann kann ich KDE-Plasma nehmen, so wie wir es jetzt haben. Dann gibt es noch Cutefish. Cutefish erinnert so ein bisschen an macOS. So, XFCE ist sehr minimalistisch klassisch und sehr flexibel. Dann gibt es noch den Sway Window Manager. Das ist im Prinzip i3 mit Wayland. Wayfire ist ein Wayland-Kompositor. Im Prinzip auch ein einfacher Fenster-Manager. Dann gibt es noch den i3-Fenster-Manager. Das läuft dann über X11. Ein Klassiker. Gnome sieht dann wahrscheinlich eher so aus wie auf dem Bild. Also ähnlich wie bei Ubuntu. Dann haben wir Openbox. Openbox ist auch sehr, sehr cool, sehr, sehr minimalistisch und unfassbar flexibel zum Gestalten. Dann haben wir hier BSPWM. Das ist im Prinzip der Fenster-Manager, den ich auch verwende hier auf meinem Arch. Linux ist also ein Tiling-Window-Manager, wie man so schön sagt. So, Alex Cute nutzt quasi dieselben Bibliotheken wie KDE-Plasma und ist genauso einfach und flexibel gehalten wie XFCE. Dann gibt es noch den Cinnamon-Desktop, wie bei Linux Mint. Und dann noch U-Kui. Und U-Kui ist das Ubuntu-Kilen-User-Interface. Das ist quasi besonders beliebt, gerade im asiatischen Raum. So, ich werde aber KDE-Plasma nehmen. Das gefällt mir ganz gut. Dann einmal weiter. So, hier kommen wir jetzt zu den Paketen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich mache mal Vollbild, noch sämtliche zusätzliche Pakete zu installieren. Ich kann zum Beispiel einfach auch mehrere Desktops installieren. Dann können wir uns auch mehrere quasi anschauen. Ich belasse es jetzt aber nur bei KDE-Plasma. Das reicht mir quasi erstmal aus. So, dann, ja, die Micro-Codes kann man dann hier noch laden. Hier wird jetzt AMD und Intel. AMD brauche ich aber nicht, da ich eben nur Intel-Prozessor habe. So, dann kann man hier auch schon mal die Sprachpakete mit installieren, ob ich Firefox und die Sprachpakete haben möchte. Das lasse ich aber mal weg, weil ich möchte jetzt Firefox nicht haben, sondern ich möchte diesen Cache-OS-Browser einfach auch testen. So, dann gibt es noch Drucker, HP-Drucker und Scanner-Support, also HP-Lib quasi. Kann man hier noch installieren und Cups. Dann noch diverse Kernmodule für ZFS. Auch das ist nicht notwendig jetzt aktuell. So, hier gibt es noch, ja, Maustweaks, Orca und E-Tweaks. Das ist dann für zum Beispiel Sehbehinderte. So, dann haben wir hier ein paar Cache-OS-Kerne. Und, ja, da nehme ich doch mal den Cache-OS-Borg-Kerne inklusive deren Headers. Da gibt es noch den abgesicherten, den Harden-Kerne und dann noch ein paar andere. Die sind schon ganz schön krass und ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie alles machen, außer dass sie einen geilen Namen haben. So, aber wir nehmen einfach mal den Bohrkernel, mal schauen. Wobei, nein, wir machen das mal anders. Ich mache hier den Haken wieder raus und warte einfach ab, was standardgemäß installiert ist. Vielleicht ist ja der schon mit drin. So, vollständiger Name, Typ, Typ, Cache-OS, das ist so in Ordnung. Dann ein schweres und kompliziertes Passwort für alle Distro-Type-Fans. Und das soll dasselbe Passwort sein wie das Admin-Konto. Das ist in Ordnung. Und hier steht aber, das Passwort ist zu kurz. Und das kann ich hier auch nicht irgendwie überspringen. Das ist sehr, sehr schade. Dann gucken wir mal. Ja, das ist lang genug. Dann können wir hier einmal auf Weiter. So, hier nochmal eine Zusammenfassung. Und dann einmal auf Installieren. Jetzt installieren. Und ja, dann heißt es abwarten, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist durch und wir können den Rechner einmal neu starten. So, hier haben wir wieder den wunderschönen Grub-Bootloader. Sehr, sehr schön gestaltet. Und dann schauen wir doch gleich mal in die Advanced Options. Ob man hier schon erkennen kann, um was für einen Kernel es sich handelt. Hier steht einfach nur Linux Cache-OS. Und mehr erstmal nicht. Das ist auch gar nicht so schlimm. Dann starten wir einfach Cache-OS Linux. Los geht's. So, das ist sehr, sehr interessant. Das ist nämlich unser SDDM-Login-Bildschirm. Und der ist, ja, ziemlich Vanilla, wie man es so schön sagt. Also sehr, sehr, ja, original. Und dann wollen wir mal schauen. Okay, okay. Also, so wie es aussieht, das KDE-Plasma selber ist dann aber wiederum sehr schön gestaltet. Das war lediglich der Login-Bildschirm, der jetzt nicht, ja, sonderlich schön aussieht. Vielleicht wird das ja irgendwann mal noch geändert. So, ich werde hier erstmal wieder auf Deutsch umstellen. German. Das ist der Cache-OS Welcome Screen. Cache-OS Hello. Und da wollen wir mal schauen. Also hier gibt es dann Links zu den Dokumentationen, zum Wiki und so weiter. Und zum Support. Hier gibt es eins, das heißt Software. Da will ich mal draufklicken und bin gespannt, wo es hingeht. Hier werden jetzt diverse Plugins noch nachinstalliert. Wir gucken einfach mal hier. So Cache-OS Package Builds. Das sind also ein paar, ja, Cache-OS eigene Programme. Das ist quasi ein eigenes Repository, wenn ich das hier so richtig sehe. Und diese kann man dann so ähnlich installieren wie Pakete aus dem AUR. Gut, dann machen wir mal weiter. Dann gibt es hier noch direkt Links zum Projekt. Und dann haben wir hier unten Apps & Tweaks und Install Apps. Wenn ich jetzt hier einfach mal Vollbild mache, ja, das sieht dann so aus. Was mir gerade so ein bisschen auffällt, hier das Fenster mit den Knöpfen hat ein anderes Design als der Rest von dieser KDE-Plasma-Umgebung, genau. Denn hier sieht das Fenster dann eher so aus mit diesen KDE-Plasma-Buttons auf der linken Seite. Ich nehme mal an, dass Cache-OS Hello mit einem Gnome-Toolkit gebaut wurde und nicht mit einem Qt5-Toolkit. Deswegen sieht das ein bisschen anders aus. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich gehe jetzt mal auf Apps & Tweaks und schauen wir mal, was wir hier so Schönes haben. Profile-Sync-Demon-Enable, OOMD-Enable, Up-Armor. Ja, ich habe leider keine Ahnung, was das alles bedeutet. DNS-Crypt-Enable, das könnte man aktivieren. Ja, es ist im Prinzip ganz einfach. Wenn ich nicht weiß, was es ist, lasse ich lieber die Finger davon. System-Update weiß ich, was das ist. Und da können wir hier einfach mal nach Updates schauen. Da wird aber nichts zu tun sein. Hier sieht man auch, dass Development-Upgrades durchgeführt werden und natürlich auch Upgrades aus dem Arch-User-Repository. Sehr, sehr gut. Und da wir ja jetzt hier frisch installiert haben aus dem Online-Repository, ist natürlich jetzt hier nichts mehr zu updaten. Dann gibt es hier Reinstall-Packages. Da kann ich dann bestimmte Pakete nochmal neu installieren, wenn die irgendwie nicht richtig funktionieren. Keyrings, falls es beim Updaten Probleme gibt. Dann zum Beispiel ein PGP-Fehler oder Schlüsselfehler. Dann kann ich hier einfach bei Refresh-Keyrings die Keyrings neu laden. Datenbank-Log, das ist meistens, wenn im Hintergrund sich irgendwie Pac-Man festgefahren hat und man Pac-Man nicht mehr nutzen kann, kann man hier Remove-DB-Log verwenden. Dann ist das Ganze wieder frei. Pakete-Cache kann man hier leeren und verwaiste Pakete entsprechend entfernen. Und Rank-Mirrors, das ist das, was ich gerne nutze. Ich nutze das auch für mich privat. Hier werden einfach sämtliche Mirror-Listen gemessen anhand ihrer Geschwindigkeit und dann der Reihenfolge nach entsprechend abgespeichert in der Mirror-List-Datei, sodass der schnellste Mirror immer als erster genommen wird. Und das ist immer sehr gut, gerade beim Updaten bei größeren Dateien oder wenn man länger mal nicht geupdatet hat und dann wieder eine ganze Menge zum Updaten hat. Dann möchte man natürlich auch, dass es alles recht zügig geht und zügig runtergeladen wird und nicht sehr langsam. So, dann ist das jetzt fertig und abgespeichert. So, dann haben wir hier noch den CacheOS Package Installer. Den werden wir mal nehmen. So, was haben wir hier? Da haben wir quasi sowas ähnliches wie einen einfachen Store, könnte man sagen, mit Programmen, die man dann einfach mal nachinstallieren kann. Ich versuche hier mal Vollbild zu machen. Hier kann ich zum Beispiel ein E-Mail-Programm installieren. Dann haben wir hier noch ein paar Grafikprogramme, die man installieren kann. So werde ich jetzt hier aber erstmal nichts weiter installieren. Was haben wir noch bei Browsers? Sicherlich eine ganze Menge. Ja, hier Cache-Browser, der ist schon installiert. Aber ich kann halt auch Brave, zum Beispiel LibreVolf oder auch andere Browser noch installieren. Das lassen wir jetzt aber erstmal sein. Achso, nö, wir können ja mal weiter gucken. Hier haben wir noch ein paar Zugriffe auf die Repositories. Beziehungsweise auf alle Repositories und im Prinzip auf alle Pakete. Und dann gibt es hier noch Flatpacks. Hier kommt einfach eine Warnung nochmal. So, Flatpack is not currently installed. Wollen wir das installieren? Ja, möchten wir. Okay. Flatpack wurde nicht installiert. Installiert. Okay. Ja, das liegt halt daran, weil wahrscheinlich das ist ein Bug, so wie es aussieht. Können wir das gleich nochmal durchspielen. Weil hier im Hintergrund möchte der das gerne installieren. Fragt aber nach einem Ja. Und irgendwie hat das aber nicht funktioniert. Wenn ich jetzt hier auf Okay mache. So, was haben wir hier? Pakete. Ja, dann wird das Ganze irgendwie. Genau. Das liegt daran, Installation fortsetzen. ICO wird normalerweise ein großes J verlangt. Aber der hat ein Y standardgemäß geschrieben. Und das scheint wahrscheinlich so nicht zu funktionieren. Ich werde mal gucken, ob ich das hier irgendwie ändern kann. Ich kann es leider nicht beeinflussen. Das ist ein kleiner Bug, ein Sprach-Bug sozusagen. Ich nehme an, dass das im Englischen ohne Probleme funktioniert. Deswegen werde ich jetzt hier mal ganz fix ein bisschen cheaten, mir die Konsole hier aufrufen und sudo tagman-s und dann auch Flatpack einfach installieren. Und dann machen wir das. Jawohl. So, jetzt funktioniert das nämlich auch. Jetzt brauche ich nämlich einfach nur Enter drücken. So, dann ist das auch schon fertig. Das geht immer recht zügig. Pac-Man ist ein sehr, sehr schneller Installer. So, dann ein sehr, sehr schneller Paketmanager. So, Flatpack ist go ahead and install it. Ja. Okay. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich wieder dasselbe sagen. So, jetzt hat er aber festgestellt, dass Flatpack bereits installiert ist. Und fängt jetzt an, die Paketinfos zu laden. So, haben wir das Ganze jetzt ein kleines bisschen umgangen. So, you might need to log out and log in to see installed items in the menu. Äh, okay. Äh, okay. Ja, perfekt. So, jetzt werden hier im Prinzip die ganzen Flatpacks angezeigt. Das finde ich sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr coole Übersicht, ähm, um hier Flatpakete auch zu installieren. Und was eben gemeint ist, wenn ich jetzt hier irgendwas installiere und das wird mir hier im Menü nicht angezeigt, dann einfach ausloggen, nochmal einloggen und dann wird es angezeigt. Das ist bei KDE Plasma durchaus so üblich. Ich glaube, bei XFCE ist das kein Problem. Da ist es immer gleich zu sehen. Das variiert aber auch. So, genau. Also, mehr, äh, braucht man dann im Prinzip hier gar nicht zu wissen. Hier kann man dann auch Google Chrome, äh, nachinstallieren, wenn man es denn möchte. Oder einfach nur den Chromium Browser, den Open Source Browser. Und ja, das sind dann die Flatpacks. Und dann gibt es hier noch Console Output. Das hatten wir ja dann eben. So, wissen wir aber zumindest, äh, dass es hier quasi so ein eigenes Software Center gibt. Nennt sich CacheOS Package Installer. Ja, finde ich sehr, sehr schön. So, dann gibt es hier, hier waren wir stehen geblieben, CacheOS Package Installer. Dann gibt es noch den CacheOS Kernel Manager. Und hier, machen wir mal Vollbild, kann ich jetzt unter zigtausenden Kerneln mir den richtigen auswählen, den ich haben möchte. Äh, unter anderem haben wir hier den Standard CacheOS Linux CacheOS Kernel. Dann gibt es dann noch den CacheOS, äh, den, äh, BMQ, Bohr, Kakule, CFS und so weiter. Äh, äh, Kerne, aber es gibt eben auch die ganz normalen Arch Kerne, wenn ich den also haben möchte. Oder den ganz regulären, äh, Linux LTS Kerne, dann kann ich mir auch den laden, wenn ich jetzt zum Beispiel die CacheOS, die CacheOS eigenen Kerne nicht haben möchte. Dazu dann auch, äh, Linux Senn Kerne, die Realtime Kerne und so weiter und so fort. Und noch diverse andere, die sich im Arch User Repository befinden. Äh, hier ist natürlich zu, wie immer zu empfehlen, äh, installiere wirklich nur das und nutze das, wo du genau weißt, was du da installierst und was das, äh, mit deinem System macht. Was die Kerne betrifft, da empfehle ich dann immer, wenn dann schon die Original Kerne auch zu nehmen, aus den offiziellen Arch Repositories oder auch entsprechend aus den CacheOS Repositories. Ich empfehle tatsächlich, gerade wenn es so um spezielle, äh, Kerne geht, die der, äh, Betriebssystementwickler selber kompiliert hat, trotzdem noch einen, ja, normalen, sag ich mal, einen normalen offiziellen Kerne einfach mit nach zu installieren. Den muss man nicht unbedingt laden, allerdings diesen quasi als Backup einfach da haben. Ja, ja, zum Beispiel den LTS Kerne, einfach den installieren und den dann einfach da haben. Ja, einfach, dass der, für den Fall der Fälle, dass mal der CacheOS Kerne einfach nicht funktioniert mehr richtig oder dass es da zu Fehlern kommt, dass man dann zur Not in den offiziellen Linux LTS oder in den offiziellen Linux Kerne einfach rein, äh, laden kann. Gut, das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir gehen jetzt mal wieder zurück und gucken mal, wir haben hier noch Install Apps und hier habe ich auch noch mal, äh, ja, den ganz normalen, äh, App-Installer, wie wir ihn eben schon hatten, die sind aus dem Paket-Installer, äh, allerdings in einem ziemlich schlechten optischen Zustand, finde ich. So, da haben wir hier dann, äh, ein paar Texteditoren, kann ich hier Micro zum Beispiel noch nachinstallieren. Der sollte sogar schon drauf sein, da ist ein Häkchen drin, interessant. Können wir mal schnell gucken. Ja, tatsächlich, der Micro, das ist im Prinzip sowas, ja, wie ein ganz normaler Texteditor und, äh, man kann den, der zwar in einer Konsole läuft, der ist aber ein bisschen besser zu handeln als zum Beispiel Vim oder Nano, weil man dann hier tatsächlich richtig gut rauskopieren kann und die regulären Tastenkombinationen zum Einfügen und so weiter nutzen kann. Äh, gut, ja, dann habe ich hier halt die Möglichkeit, ein paar Sachen noch nachzuinstallieren, zum Beispiel WhatsApp online, wenn man es denn braucht, Timeshift. Timeshift möchte ich tatsächlich mal haben, das werden wir jetzt mal installieren, mal schauen, wie es funktioniert. Okay, ich nehme mal an, das Ding, hier wird der ins, nach, ne, das ist zurück. Äh, Update System, Passwort rein, aha, ah ja, okay, so wird dann, also, das ist ein bisschen verwirrend. Äh, man muss also, wenn man hier einen Haken dann reinmacht, danach auf Update System drücken und dann werden die Sachen installiert. Gut. Ähm, sei es erstmal drum, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich werde auch Launch, Add, Start, hier einfach mal abmachen, äh, abwählen und das Ganze jetzt hier mal schließen. Und dann schauen wir uns mal das Betriebssystem so an, ne. So, Rechtsklick, äh, hier irgendwo auf die Fläche, äh, zeigt uns dieses wunderschöne, äh, Menü und bei Arbeitsfläche und Hintergrund, können wir einfach mal schauen, was wir so an Hintergrundbilder haben. Das sind Hintergrundbilder, die nicht Standard KDE Plasma Hintergrundbilder sind, so wie es aussieht, wie zum Beispiel Pink Lady hier oder auch das mit dieser, äh, Schildkröte. Das sind dann, äh, Hintergrundbilder, die von CacheOS mitgeliefert wurden. Sehr abstrakt, sehr farbenfroh. Das finde ich sehr, sehr schön. So, das ist der, äh, das ist das Hintergrundbild für den Grub Bootloader. Das ist das Standard Hintergrundbild. Und das Blasma dann da auch einfach. Das Standard Hintergrundbild, das reicht mir erstmal aus. So, wir machen hier Verwerfen. Wir wollen jetzt hier nichts weiter ändern. Dann, äh, gehen wir trotzdem mal in die Einstellung rein erstmal. Wir haben ja mal Breeze Dunkel und Breeze Hell als Standard. Hier ist Breeze Hell, ist jetzt eingestellt. Das bedeutet, es ist nicht das Standard Design. Wenn ich jetzt also das Erscheinungsbild anpassen möchte, gehe ich am besten hier rein. Und dann schauen wir mal. Es gibt das CacheOS Nord Theme. Das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt aktuell auch haben. Das ist mit diesem leicht bläulichen. Dann gibt es das Ganze noch als Emerald. Jawohl, das haben wir dann leicht grünlich dann alles. Ja, das ist der Emerald Style. Dann haben wir Breeze Dunkel Standard. Das sieht dann tatsächlich, ist wahrscheinlich KDE Plasma Standard Dunkel. Genau, und dann gibt es noch diesen hier. Das nennt sich Lavender Round. Da haben wir sehr viel Transparenz und runde Fenster. Und der sagt auch, dass das wohl Lavendel ist. Also sollte es alles ein Stück weit pink sein. Ist es aber nicht. Also es hat vom Desktop Design hier nicht ganz so hingehauen, so wie es aussieht. Wir bleiben einfach mal bei Nord. Wir machen mal Desktop. Ah ja, okay. Ach, ich verstehe. Dann habe ich wahrscheinlich einfach nicht diesen Haken reingemacht. Deswegen hat er das auch nicht angepasst. Jetzt hat er scheinbar auch alles soweit angepasst. Auch hier. Und hier. Ja. So sieht es jetzt richtig aus. Weitere Designs kann man sich bei KDE Plasma dann immer hier holen. Da gibt es dann neue globale Designs holen. Und dann kann man hier dann entsprechend ein bisschen rumsurfen. Und hier zum Beispiel, wer den Windows 11 Style mag, kann sich diesen ziehen. Es gibt auch andere sehr, sehr schöne Styles, die man sich dann ziehen kann und herunterladen kann. Und das funktioniert in der Regel out of the box. Das heißt, einfach klicken, installieren, auswählen und dann läuft das. Und dann kann man dann entsprechend auch zum Beispiel das Hintergrundbild noch nachträglich nachkorrigieren. Das will ich jetzt auch mal schnell noch machen. So, jetzt ist die Leiste hier unten ein bisschen verschoben. Sind zu klein geraten. Die hat sich leider verstellt. Da werde ich mich kurz ausloggen, wieder einloggen. Dann funktioniert das meistens wieder. So, jetzt habe ich das Ganze hier wieder zurückgesetzt. Und das Hintergrundbild hat sich wieder hier verändert. So wie es aussieht. Dann werden wir das Ganze nochmal richtigstellen hier. So, so und so. So, jetzt hat es wieder geklappt. So, dann schauen wir mal, was hier alles so vorinstalliert ist. Und wir fangen mal an bei Dienstprogramme. Da haben wir die üblichen Verdächtigen wie Arc und Emoji-Auswahl und Cade und K-Ride. Das sind halt die Programme, die im KDE-Gear mit drin sind. Micro ist dieser kleine Texteditor in einer Konsole, der ist mitgeliefert worden. Und Vim ist ebenfalls schon vorinstalliert. Sehr schön. Dann haben wir noch ein paar, ja, Standard-Einstellungen wie den Puls-Audio, Lautstärkeregler und auch die Systemeinstellungen. Bei der Entwicklung haben wir einmal, ja, Cade, die Entwicklungsumgebung Cade haben wir quasi vorinstalliert. Meld ist zum Vergleichen von Dateien und Ordnern. Und hier haben wir noch mal den Micro-Texteditor. Unter Grafik ist Gwenview zu sehen. Als einziges bei Internet haben wir den Cache-Browser. Den wollten wir uns noch mal genauer anschauen. Und beim Cache-Browser handelt es sich um einen, ja, könnte man sagen, ganz normalen Firefox. So, da werden wir mal schauen, ob wir erstmal die Toolbar ein bisschen verändern. Ich mag das nämlich, wenn die Leiste da oben ein bisschen kleiner und schmaler ist. Das sieht einfach alles ein bisschen besser aus. Und dann von den Einstellungen her möchte ich das Ganze auch auf Deutsch. Dazu gebe ich hier einfach Lang ein. Dann haben wir hier Search More Languages. Select Deutsch. Add. Rein theoretisch, manchmal ändert sich die Sprache sofort. Ja, jetzt hat sich sofort geändert und schon ist alles auf Deutsch. Nach einem nächsten Update muss das Ganze leider wiederholt werden. Das ist hier einfach so. So, das Web durchsuchen. Ich suche was. Wo wird es gefunden? Aha, CacheOS hat eine eigene Hoogle-Instanz. Das, ja, damit kann man dann im Prinzip das Tracking verhindern beim Suchen. Die Suchergebnisse selber kommen höchstwahrscheinlich von Google, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das kann man dann aber auch einstellen. So, dann schauen wir mal, was hier an Add-ons hier einfach mal mitgeliefert wurden. So kann ich die hier, wir machen mal Dark Reader. Der Dark Reader ist im Prinzip, wenn ich eine, ja, Zeitschrift oder eine Webseite habe, wie zum Beispiel, wir können ja mal gucken, heise.de. Der Dark Reader ist, glaube ich, ein, ist standardgemäß eine helle Seite. Ich mache jetzt mal Zustimmen. Und durch den Dark Reader wird das Ganze im Prinzip, ja, dunkel geschalten. Ich kann jetzt hier einfach mal die Erweiterung ausschalten. Und das ist der Standard, heise online, sehr, sehr hell. Und wenn ich das eingeschaltet habe, wird alles quasi dunkel geschalten. Und das ist dann immer sehr, sehr angenehm für die Augen. Soweit ich das jetzt hier sehe, ist auch die Werbung komplett weggeblockt. Das sieht zumindest danach aus. Wir haben hier den Canvas-Blocker. Das bedeutet wahrscheinlich, dass hier entsprechend ein paar Sachen ebenfalls rausgeblockt werden, die möglicherweise, ja, das können wir hier mal schauen, die möglicherweise zu den heise Analytics, zu den eigenen Analytics verweisen, sodass heise normalerweise auch sehen kann, wer, wann, wie, wo, auf welchen Artikel zugreift, um dann zu schauen, okay, wofür interessieren sich die Leser eigentlich, welche Artikel sind besonders beliebt. Und normalerweise ist das eigentlich schon gut und wichtig, einfach um eine Webseite auch interessant zu halten. Aber ja, mit diesem Canvas-Blocker kann man dann diese Fingerprints-Sachen dann einfach komplett blocken. Und heise weiß zwar, dass ich darauf zugegriffen habe, weiß aber nicht wirklich, wohin und welche Artikel ich mir angeguckt habe und was mich so wirklich interessiert. Das verhindert dieser Blocker. Und dann ist noch uBlock Origin mit drin. Und das ist im Prinzip der Werbeblocker. Der hat hier im Prinzip die ganze Werbung hier rausgeblockt. Gut, dann gehe ich noch auf Erweiterungen verwalten. Mehr Erweiterungen sind hier aber auch nicht drauf. UBlock Origin funktioniert dann auch im privaten Modus. Die anderen beiden dann entsprechend nicht. Gut, ja, das ist im Prinzip der CacheOS-Browser, der eigene Browser, wo dann diese Add-ons quasi schon mit vorinstalliert sind und wo die Standardsuchermaschine eben die eigene Hugel-Instanz ist. Ist für mich völlig in Ordnung. Schicker Browser. So, dann standardgemäß noch mit installiert ist KDE Connect für die Verbindung seines Handys, seines Smartphones mit dem Rechner. Das ist im KDE Gear automatisch mit enthalten. Dann gibt es noch unter Multimedia gibt es tatsächlich nichts weiter. So, und unter System haben wir tatsächlich ein paar Sachen noch zusätzlich installiert. Einmal das Alacrity Terminal. Das sieht so aus. Dann gibt es ja noch das ganz normale Terminal, die K-Konsole. Die würde dann so aussehen. Ja, das ist so ein bisschen der kleine, aber feine Unterschied. So wie es aussieht, ist das ganze farblich ein kleines. Also die K-Konsole ist tatsächlich ein bisschen farbintensiver, will ich mal sagen. Während Alacrity hier ein Theme hat, wo man die Farben nicht mehr ganz so gut unterscheiden kann. Das ist aber Geschmackssache. Alacrity unterstützt natürlich die Transparenz sehr gut und ist so oder so bei Entwicklern ein sehr, sehr beliebtes Terminal. Auch ich nutze Alacrity als mein normales Standard-Terminal. Dann haben wir Btop++. Das ist ein Systemmonitor im Terminal. Und das sieht eben total spacig aus. Ja, wer das also haben möchte, der kann sich das auch direkt laden. Nennt sich Btop++ oder auch Bpytop. Kann man sich auch laden. Ich will es mal ganz fix zeigen. So, Bpytop. So und so ähnlich sieht das dann im Prinzip aus. Da gibt es dann ein GitHub-Account. So sieht das Ganze aus. Aristokratos, Bpytop. Wenn ich dran denke, befindet sich der Link zu diesem GitHub unten in der Videobeschreibung. Hier sind dann die Paketstatusse enthalten. Und hier sieht man auch, Btop++ ist im Prinzip dasselbe Bpytop, aber als in C++ geschrieben. Ansonsten, die Installationsanleitung wird dann hier irgendwo noch beschrieben. Hier haben wir es. Okay, ist also ganz einfach. Ist im Repository quasi mit drin. Da machen wir das mal. Ich drücke mal Q. Nehmen wir jetzt mal Alacrity. Vollbild. doodopacman-s und dann Bpytop. Das ist im Prinzip dasselbe, aber in Python geschrieben. Gucken wir mal. Jawohl, bitte einmal installieren. Ist auch schon fertig. Und dann kann ich Bpytop. So, fertig. Ist im Prinzip ganz genau dasselbe. Nur halt jetzt in dem Falle in Python geschrieben. Kannst du dir aussuchen, ob du es in Python oder in C++ haben möchtest. Und wenn du dir dieses Bpytop so nicht merken kannst, kannst du es einfach in deiner FISH-Config oder in deiner ZSH-RC oder auch als Alias halt in deiner Bash-RC als Alias entsprechend einstellen. Also einfach die Konfigurationsdatei öffnen, dann Alias, gibst du dann irgendwo in eine neue Zeile, einfach Alias. Dann sagst du zum Beispiel Top. Dann sagst du zum Beispiel Btop. Kannst du ja so schreiben. Dann ist gleich. Und dann in Anführungsstrichen, was du eigentlich haben willst, nämlich Bpytop. So schreibst du das dann in die RC-Datei entsprechend rein. Und dann kannst du im Prinzip einfach Btop so laden. Und dann wird das auch so angezeigt. Und das ist eigentlich Bpytop. Das sieht man dann hier ganz oben. Da steht es Bpytop. Ja, so habe ich jetzt im Prinzip ein Alias erstellt. Dieses Alias ist jetzt nur für diese Instanz. Wenn ich das Terminal jetzt schließe, dann ist der Alias wieder weg. Das war jetzt quasi nur als Beispiel, wie das mit den Alias überhaupt funktioniert. Kann ich wärmstens empfehlen, Alias zu nutzen, einfach um sein eigenes System ein bisschen besser zu steuern und zu benutzen. So, haben wir sonst noch was? Jawohl, wir haben den Butterfs Assistant drin. Dieser ist sehr, sehr hell. Und hier kann man dann die ganzen Sub-Volumes auch einsehen. Ich hatte vor kurzem ein nettes Meet & Greet gehabt. Mit einem von euch tatsächlich. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Und wir haben uns mal über Sub-Volumes und über Partitionen unterhalten. Was da so ein bisschen der Unterschied ist. Und warum das eine, ob es sinnvoll ist, mehrere Partitionen auch anzulegen. Wie zum Beispiel eine eigene Home-Partition. Und es ist tatsächlich so, wenn man Butterfs nutzt, dann braucht man keine separaten Home-Partitionen oder sonst irgendwelchen Partitionen, weil mit Butterfs automatisch diese Sub-Volumes entsprechend angezeigt werden. Und die Größen dieser Sub-Volumes sind halt dynamisch, je nachdem, wie viel Platz dann entsprechend übrig ist. Und diese Sub-Volumes, je nachdem, was ich dann auch zum Beispiel für die Snapshots auswähle, werden dann die entsprechenden Sub-Volumes einfach auch ignoriert für das Snapshot. Ja, zum Beispiel, wenn ich einfach nur ein System-Snapshot haben möchte nach einer Installation, möchte ich nicht, dass zum Beispiel mein Home-Ordner permanent mitgesnappt wird, sozusagen. Und dann wird das einfach ignoriert. Ja, so. Und hier kann man das dann im Prinzip dieses Sub-Volumes entsprechend einsehen. So, Snapper ist drin. Ich habe ja eben TimeShift noch nachinstalliert. Habe aber gar nicht gewusst, dass Snapper vorinstalliert ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Gut, eine Konfiguration ist leider nicht mit dabei. Da muss eine Konfiguration erst angelegt werden. Das können wir, glaube ich, hier machen. Wir gehen hier einfach auf New. Geben dem einen Namen. Initial Install. Das ist also Erstinstallation. Backup Pass. Das kann so bleiben. Da nehme ich die komplette Route-Instanz. Wir machen Snapper Cleanup. Und Snapper Boot. Dann können wir das schon mal Applien. Okay. Und einmal Saven. Dann kann ich hier einstellen, wann ich die Snapshots alle so haben möchte. Wie oft und wie häufig. Hier steht stündlich 10 Stück. Ja, ob das jetzt so notwendig ist, so viel, wage ich zu bezweifeln. Das kann man aber, wie gesagt, dann alles einstellen. Und jetzt hier unter Snapper kann ich jetzt hier rein theoretisch Refresh. Ah ja, hier kann ich jetzt nicht Restore, sondern New Delete kann ich jetzt hier die Config entsprechend auswählen. Gehe jetzt hier auf New, Manual, Snapshot. Das ist okay. Und fertig. Ja, Snapshot ist fertig. Innerhalb von einer tausendstel Sekunde quasi wurde ein Snapshot erstellt. Und wenn ich jetzt irgendwas ändere oder wiederherstellen möchte, kann ich dann hier einfach auf Restore gehen, kann das Target mir auswählen. Hier haben wir nur das Root Target entsprechend. Und dann kann ich hier auf Restore gehen. Macht natürlich jetzt wenig Sinn. Oder, was ich auch machen kann, kann ich auf Browse gehen und kann in dieser Snapshot-Instanz herumbrowsen und kann schauen, welche Dateien haben sich geändert, welche Änderungen haben irgendwelche Auswirkungen gehabt und so weiter. Ja, also dieser ButterFS Assistant ist gar nicht so schlecht. Ist für Anfänger meines Erachtens nicht so gut geeignet, weil man muss sich da ein bisschen durchfuchsen. Das ist schon sehr, sehr erweitert. Man muss schon wissen, was Snapshots sind, wie sie funktionieren systemseitig. Aber wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Bin ich mir absolut sicher. So, hier unten kann man dann noch Scrub und Balancing durchführen. Das wird dann alles automatisch im Hintergrund gemacht. Und dann können wir das schließen und dann läuft das System smooth. So, hier haben wir dann noch als weitere, das ist das CacheOS, der Welcome-Bildschirm, der ist Hallo sozusagen. Dann gibt es den Kernelmanager, den hatten wir heute schon gehabt. Und den Paketinstaller, auch den haben wir schon gehabt. Dann hier haben wir die Fish-Shell im Prinzip. Die ist einfach Fish. Also wird hier Fish als Standard-Shell genutzt und nicht in etwa ZSH oder Bash. So, ansonsten gibt es noch einige Standard-KDE-Plasma-Anwendungen, die hier mit dabei sind, wie zum Beispiel das Infozentrum, den Systemmonitor. Genau. Dann haben wir noch K-Wallet-Manager, Menü-Editor, Octopi. Octopi ist ein Software-Manager. So, Octopi ist ein Software-Manager, ähnlich wie die Synaptics-Paketverwaltung bei Debian und Ubuntu. So kann man dann über Octopi entsprechend, ja, Arch-Pakete raussuchen, markieren, installieren oder auch deinstallieren. Ja, das war meine kleine Tour durch CacheOS. Ist ein sehr schönes, intuitives Arch-Linux, welches auch sehr schön gestaltet ist mit verschiedenen Desktop- oder Fenstermanagern. Ich finde es sehr, sehr gut, dass da auch hier nicht allzu viel drauf installiert ist. Das Einzige, was quasi, ja, als Standard-Anwendung drauf ist, ist der CacheOS-Browser, der eigene Firefox-Browser. Und ansonsten steht es jedem frei, Software nachzuinstallieren, wie einem lieb und lustig ist, direkt aus den Arch-Repositories. Der CacheOS-Linux-Kernel, der eigene, der soll halt sehr performant sein. Das kann ich hier überhaupt nicht testen. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das jetzt hier irgendwie nachzuvollziehen oder auch nachzuweisen. Das ist auch völlig in Ordnung. Diejenigen, die so etwas brauchen, die werden höchstwahrscheinlich wissen, ob sie es brauchen oder nicht. Und sollte der Kernel eben nicht richtig funktionieren, es empfiehlt sich immer dann nochmal einen Standard-Kernel einfach nachzuinstallieren, den man einfach auch, ja, laufen lassen kann nebenbei. Der kann ja einfach da sein und man kann dann in diesen Reinbooten reinwechseln, wenn es denn dann notwendig ist, wenn es dann zum Beispiel mit dem CacheOS nicht funktioniert. So ist das Betriebssystem für Anfänger geeignet oder für eher Fortgeschrittene? Hier würde ich sagen, doch eher für etwas fortgeschrittenere Nutzer. Das liegt aber auch an der Natur von Arch selber. Denn so ein Arch-Betriebssystem, da sollte man dann schon im Hintergrund ein bisschen wissen, wie ein Betriebssystem funktioniert, sodass man es auch reibungslos bedienen kann. Allerdings ist dieses Betriebssystem dennoch sehr, sehr einladend, auch für Anfänger, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Denn schließlich gibt es das Software- und Paketmanagement komplett in grafischen Oberflächen. Und es ist sehr, sehr intuitiv und einfach auch zu nutzen, um Linux oder auch Arch Linux sehr gut kennenzulernen. Und dazu kommt noch, man kann es wirklich schön freigestalten. Es sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ.